Ich bin Der kann schreien Einer drin Beide drin Einer drin Warte geh nicht drauf Geh nicht drauf Er ist da durch im Gang Ja, da ist er durch Sehr schön Sehr schön Ob man's nicht glaubt oder Nicht glaubt Ich hab'n richtig krassen PC Ich hab'n richtig krassen PC 2.000 Euro kostet Hat der mal gekostet War'n Spaß, der hat keine 2.000 gekostet Ah ja Das ist ein 1.000 Euro PC Und ich hab' ihn für 800 bekommen Nein, das ist ein... 980 Euro Aber ich hab' ihn für 800 getrickt Oh, fuck Schade Schade Ich beam's ja mal weg Ich glaube, gegen die Typen muss man richtig rushen Hab' ich das Gefühl Was ist eine Ahnung? Seis Ahnung? Lana mit Ahnung Ohne Planung Planung mit Ahnung ohne Planung Alles klar, Digga Alles klar, Digga Ah, ey, das sind Hacker Warte mal, was wieder nicht vernünftig drin ist Dein Autobuy System Richtig Oh, das hat was gelockt Ähm, der Typ hat 6 HP Das war der mit den 6 HP, wie du vielleicht gemerkt hast Nein, doch Schade Das ist wirklich ein T-Map Kommt drauf an Ja, es kommt eigentlich bei... Es kommt bei jeder Map drauf an Welche Map ist denn eine reine Map? Ich hab so krass auf diese Typen Ist beide da, der andere ist links Ist nicht mehr links Der Skin ist geil Links Rechts, rechts, rechts Oh, warum hab ich links gesagt? Woran halt die Lehn? Woran halt die Lehn? Woran halt die Lehn? Woran halt die Lehn hat, was ich immer Woran halt die Lehn? Nein Ach komm, wir drehen das noch Wer ist denn der? Nuke hast du recht, aber sonst gibt's einfach keine Maps Aber was? Wird she go auch? Die Maps zähl ich nicht Overpass hat vielleicht Tendenzen, aber so wirklich... Ja, was ist oben? Ich glaub, da war ja auch die Bombe, ja So, unser, was fahren wir am meisten hier haben wenn wir jetzt? Unten? Wo unten? Äh, einmal... Schräge, einmal oben Noch Was für ein Hacker Achtung, ich flash Boah, ich... Danke Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich schon mal gegen die gespielt habe Ein Hacker verwechselt man leicht Du hast recht, aber ich bin vom Namen her Glaub ich spassies Was sein, hab ich da recht, oder? Das können wir schon wissen, nachdem wir jetzt gerade die paar Runden gespielt haben Mal das auch wissen, bevor man seinen PC startet Uh Wenn du dir die Namen vorher angucken konntest, selbstverständlich Ja, die hacken sowas von Ja, mal ekelhaft, wie die hacken die Typen Danke, Merkel Paul, ich weiß, warum wir nicht gewinnen konnten Nein, nein, ich werfe schon die ganze Zeit Nein, werfe ich nicht, aber Ah, ja Na, ich hab ihn an Der kommt da direkt Na, Klaus, hübsch Danke Hübsch angemalt Danke Er weiß, wo du bist Der ist oben, der ist nicht runtergelaufen Ich weiß Er sieht mich hier nicht, wenn er checkt Die AFK kann man ja nicht sein Ja, mit Skala von 2 bis 2 schon so 2 Kann das mal nachvollziehen, wenn wir hier mit Skalen von 2 bis 5 arbeiten Ne Einfach ne, oder? Ne Ähh, Backfisch Bin Naps, ne Hat er nicht gedacht Denkst du wirklich? Die können denken Nein Erre genommen! Ich wusste nicht, dass ich auch wie ein Schwertfisch ziehen kann Kann auch wie ne tote Anaconda ziehen Das ist ziemlich beeindruckend Sehr, sehr gut Ja Hacker Sowas von Aber Sowas von Erst recht Kann man so ekelhaft hacken Schei Schei AJA Was ey, die tun gerade so, als hätten sie keine hacken Das ist ja kras Kennen wir ja irgendwoher, ne? Sie tun, als hätte man keine hacken Ich habe noch nie meinem Leben gehacken Das hab ich dir auch nicht vorgerufen Weil als das nur das kennen wir irgendwoher Deine ist rechts Deine war rechts Stchuldigung, Tempos-Fehler Verwirr dir dafür nur einen halben Punkt ab Können wir halt echt noch drehen, Nick. Und zwar Hacker, aber das ist ein schwacher Hacker. Das ist ein schwach Kopfschwacher Hacker. Ah ja! Ja, vier Runden in Folge gemacht, heißt nicht, dass man die 28. Runde auch in Folge macht, weißt du? Doch, eigentlich schon. Ein 4 plus 4 sind halt Nummer 28. Oh, der eine hat mich direkt links. Linker Tanne. Die sind beide da. Pass auf. Ja, man kommt von rechts hinten. Ganz peaky. Ganz peaky, oder? Also bitte, woher wusste der, dass ich hier jetzt lang rotieren werde? Das wusste er denn nicht. Wenn der da jetzt hinzielt, ist er ein Hacker. Wenn er das nur zu Vorsichtsmaßnahmen gemacht hat, dann nicht. Kein Hacker, okay. Ja, klar, es ist ein Hacker. Der, der da links. Pass auf. Schön. Alter, Nick. Kannst du mir eine Scheibe von deinem Skill verkaufen? Nee, warte, warte, warte. Für 5 Euro oder 6 Euro? Hier mit Skins spielt man besser. Will ich dazu noch ein Wasserhals dazu? Ja. Hacker. Der ist immer noch da. Alter, Nick. Das ist jetzt geil. Jetzt können wir wenigstens nicht mehr verlieren. Aber wir müssen dir noch die Ehre nehmen. Ehre genommen! Zweiter hast du auch? Oh mein Gott. Oh nein. Na gut, lag an mir. Das finde mir so wirklich leid. Ach, ist egal.